Das ist eine Art Göttersimulation, wenn ich das richtig verstehe. Und wir können halt so ein bisschen hier unsere Bevölkerung befehligen. Machen wir einfach mal Play und ein New Game. Choose your flag. Können wir uns eine Flagge aussuchen für unsere Herrschaft. Ich glaube die blaue hier, die finde ich ganz cool mit der Sonne. Das gefällt mir. Nehmen wir mal. Willkommen zurück, mein Herr, wenn du weg bist. Ich habe eine Stadt zu bauen und ein Haus für deine Leute. Also als wir abwesend waren. Hatte sie einen Auftrag gegeben, eine Stadthalle zu errichten und ein Haus für unsere Leute. Das ist nur ein kleiner Teil. Dann haben wir ein Gespräch mit... Aber ich habe es nicht erklärt, dass du so schnell zurückgekommen hast. Okay, die haben nicht so früh wieder mit uns gerechnet. Ja. Alles klar. Ah, da ist die. Ist die jetzt schon da? Ich habe komplett verplant, irgendwie ihr Holz zu besorgen, vorzubereiten. Äh, aber wenn du schon mal wieder da bist, so, dann kümmere dich doch um den Scheiß selber. Ja, cool. Click on the tree. Using your God powers. You can plant new trees anywhere you got... Okay, also mit unserer göttlichen Macht können wir neue Bäume pflanzen. Okay, aber den können wir jetzt erstmal fällen, ja. Continue. Also like to report you in... Ah, die Mine hier. Okay, das ist jetzt hier so eine Art Tutorial, denke ich mal. Send your miner into the tree. Okay. Äh, da. Da können wir den reinschicken dann. Oder wie? Was soll ich denn jetzt hier machen, Leute? Make one of your people go into... Ah, okay, hier. Picking stones in the mean works as chopping wood. Press S. Mit S können wir nach unten. Ah, okay. Mit W und S können wir hier zwischen den Ebenen wechseln. Da sind wir quasi eine Ebene da drunter. Da oben ist jetzt unser herrschaftliches Königreich. Äh, ja, mache ich doch. Press S. Click on the stone, ach so. Okay, habe ich. And now let's build our first building. Also jetzt bauen wir unser erstes Gebäude. Äh, my lord, it would be very wise of you to build a farm. Also es wäre sehr weise von uns, wenn wir als erstes eine Farm machen. Weil, ähm... Ohne Nahrung existiert hier kein Leben. Okay. Build a farm. Dann klicken wir mal auf da. Hier. Farm gives you an opportunity to plant seeds. Okay. Da haben wir dann die Möglichkeit, Samen einzupflanzen. Also dann... Ach hier. Können wir nur hier hin machen. Machen wir mal. Mit einer Form schönen Vogelscheuche. Perfekt. You know we have to plant seeds. Okay, jetzt muss ich... Samen ausbringen. Great floor and cooked bread. Maybe it sounds difficult. But I'm sure that you will... Hört sich schwieriger an, als es ist. Plant Corps. Dann machen wir das doch mal. Excuse me, my lord. Do you remember... Äh, what day is it? Nee, der erste. Don't worry. Äh, report. Okay. Achso, wir haben auch keine Ressourcen, oder wie? That's awesome. Okay, hier, also hier oben haben wir quasi unsere, ja, äh, Infobox, würde ich jetzt mal sagen. Continue. I am to informan you about your powers, my lord. Everything you sold in my report. Of course. Okay, ja, erzähl mal über meine Power. Ich hab gehört, ich kann, ähm, Bäume pflanzen. Wohl much easier for you now. You have completely forgotten about the defense. Oh, we... Nein, wir haben total verplant, unser Dorf irgendwie zu schützen. Also, ähm... Ja, wahrscheinlich eine Mauer zu bauen, oder sowas. The villagers are not as calm as you cold think at first glance. Okay, sollen wir da erstmal... Ah, okay, wir können unsere, ähm, Einwohner zu Kriegern machen. Just by arming them. Also einfach nur ausrüsten. Na klar, so ist das. Gibt einfach eine Waffe in der Hand und schon ein bisschen bei der Armee. Let's make the miner our fist. Okay. Machen wir dem hier mal zum Guardian. Click on, äh, okay. Sword-Icon. Da haben wir das Sword-Icon. Und da haben wir... Ne Keule? Jetzt hat er ne Keule in der Hand, oder wie? One speed's a hero is too few to keep my mind. Domain. Let's build great in the west. Okay, jetzt müssen wir erstmal ein Gate bilden. In den Westen. Nie ohne Seife waschen. Das wäre dann da lang, ne? Achso, wir springen von alleine in. Build the gate. Einfach darauf klicken. You can build gates here. Defense your enemies. Okay. Excuse me, my lord. Das meine ist ill. Oh, er ist krank. Also ist ja nicht entstande, unser Dorf zu verteidigen. Äh, we don't have any hospital. Also wir haben noch kein Krankenhaus hier. Also müssen wir ihn, ähm, selber heilen. Press R to open the magic menu. Ah, okay. Da haben wir einmal Bäume pflanzen. Dann Blitze schleudern. Und Healing Hand. Dann machen wir mal Healing Hand auf ihn. Ah. Ich kann es helfen, du. Breche den alles. Okay, jetzt müssen wir den noch Rationen zuweisen. Your Miners. Will be work. Okay. Press F. Oh, ob ich mir das alles merken kann. Hier kriegt er ein Trockenbrot. 16 haben wir. Ja, drei brauchen wir am Tag. Oder wir können ihnen auch gar nichts geben. Ne, kommen nimmer. Okay, you can change rate. Rationen von your people. Rationen von your people. Rationen von den Miners. Affects auf die Arbeit. Rationen von den Miners. Okay, also dann arbeiten die effektiver. Das wird besser. True warriors. True warriors. Meet your people into battles. Warriors chosen. My, what? By God. Faithful with the holy power will be your right hand. Alles klar. Oh, I think I've already lost you. Goodbye for now, my lord. Okay, da haut sie schon ab. Ist das unsere Königin, oder? You have enough knowledge. Wir haben jetzt genug Wissen, um hier selber klar zu kommen. Good luck. Okay, continue. Wähle deine Gottheit. Okay, hier haben wir, geben wir bonus food at start. Is it a bread breaking? Hmm, Brot backen, was das denn? Give you bonus seed at start. Sun, give you bonus faith at start. Darkness will give you bonus faith at start. God of war will give you minus bonus damage. Hmm, ich würde dann, glaube ich, einem von den beiden hier, seeds, oder das hier. Wie kriegen wir denn seeds? Ich weiß es nicht. Ich nehme einfach mal den hier. Oh, jetzt geht's los. Leute, was macht denn ihr jetzt hier? Na nu? Wo ist meine Tauenhalle? Okay, das Tor steht. Hier ist Tauenhalle. Dann müssen wir hier auch noch ein Tor hinbauen, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Passiert da jetzt was? Alle beschäftigt gerade? Yes. Was ist deine Ruhe? Ja, das ist du. Ich komme, da, wo ich gebrauche. Oh, ich komme, ich komme. Oh, ich komme, ich komme. Immer mit der Ruhe. Aber wir können auch ein bisschen rein und rauszoomen. Oh, guck mal. Hoppelhäsel. Oink, oink, oink. Das ist der Roger. 4 von 10. Baut das jetzt jemand? Ich weiß es gar nicht. Was machst denn du jetzt? Beobachten wir den mal. Nö, er rennt hier einfach nur rum. Komm, Leute. Baut mal hier so ein Ding hin. Fehlt mir da noch was? Ach, 4 habe ich, 10 brauche ich. Okay, Leute. Dann müsst ihr erst mal Bäume fällen. Hier, fäll mal Baum. Zack. Sehr gut. Du. Wie kann ich den so anwählen? Okay, geht das? Ach, die hinteren Bäume kann ich nicht fällen. Den hier vorne könnte ich fällen, wenn er irgendwann groß ist. Jetzt ist er groß. Jetzt kann ich sie doch fällen. Okidoki. Dann fällt mal die Bäume. Damit wir hier ein bisschen Defense bekommen. Und den auch noch. Kann ich mehrere in Auftrag geben? Kann ich holen. Und hier? Harvest. Das müsst ihr auch machen. Ihr müsst alles machen. Okay, hier Building. Was haben wir denn für Buildings? Haus. Für vier Leute. Oh, guck mal. Die Taunen. Ah, okay. Die wird vergrößert. Das heißt, da haben wir keinen Platz. Dann machen wir hier neben die Farm. Können wir da ein Haus hinbauen? Fällt mal den Baum da. Dann können wir da ein Haus hinbauen, oder? So ein Farmhaus. Oder geht das nicht? Mal gucken. Warten wir mal eben ab. Na? Doch, da war doch was. Hier. Ah, jetzt geht's. Da. Da will ich ein Haus. Oh. Guck mal. Ist ja cool. Meine ersten Einwohner. Obwohl die hier sind ja meine ersten Einwohner. Ich glaube, mit denen kann ich gar nicht interagieren. Die gehören so gesehen zur Einrichtung. Hier, Berries brauchen wir. Hier auch. Da. Das muss gemacht werden. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich mach's einfach mal. Hier sind auch noch Berries. Haben wir irgendwie Lagerplätze oder so? Nicht, dass ich hier auf einmal zu viel habe. Was ist denn hier unser Food hier oben? Das hier? Ne, das sind Seeds. Wo ist denn das Food? Da ist Food. Vegetarisch und Bread. Okay. Wenn wir das jetzt haben, dann müssen wir jetzt als nächstes, glaube ich, eine Bäckerei bauen. Habe ich das richtig verstanden? Ne, wir müssen erstmal hier aufwerten, glaube ich. Was brauchen wir denn dafür? 15 Holz noch. Ach, hey. Okay. Wie war denn das mit Bäume pflanzen? Hier. Oh, jetzt kann ich hier einfach Bäume pflanzen. Das ist ja auch cool. Pack mal hier mal. Hier, da, da. Da war doch, da. Magic Power. Und es wird Nacht. Nachts kommen die Dämonen. Aber hier ist alles verteidigt, ne? Ja. Wo ist denn hier unser... What? No. It's not a dream. It's not a dream. Müssen wir gleich mal aufpassen, von wo die kommen. Können wir den hier auch noch fällen? Okidoki. Okidoki. 16 haben wir. Wie viel brauchten wir? Oh, dann können wir aufwerten. Oh. Ja, cool. Und dann können wir noch mal irgendwann aufwerten. Können wir jetzt schon was Neues bauen? Ah, jetzt können wir neue Sachen bauen. Ne Pickfarm. Ne Schweinefarm. Oh. Blühwürmchen. Guck mal, das ist voll süß gemacht hier auch. Die Rehe und Wildschweine. Hier haben wir irgendein Portal. Zu dieser Island. Und ich glaube, nachts kommen Monster, ne? Das ist so ein bisschen Defense. Müssen wir gucken, von wo. Hier haben wir noch gar keinen... Ach, hey. Müssen wir echt drauf passen. Nicht, dass von hier jetzt die Monster kommen. Wo ist denn hier unser, äh, äh, Verteidiger-Typi? Da. Mein Geist, ist es Ihr Sein? Für die Basis der Existenz. Sieht mal, habe ich irgendwo eine Karte, wo ich sehe, ob Monster in Anmarsch sind? Ich komme da, wo ich es benötige. Ja, ganz, ganz ruhig. Und dann stelle ich den da erstmal ab. Dass der da ein bisschen verteidigt, falls da jemand kommt. Hier haben wir ja erstmal unsere... Ah, wer bist denn du? Wer bist denn du? Bist du ein Monster? Ne, der ist ja hier einfach durchgelaufen. Aber ich habe einen Wolf gehört. Und da kommt noch einer. Mal gucken, was wir von uns wollen. Ihr müsst erstmal weiter Bäume pflanzen... Äh, fällen, fällen. Den hier. Ne, das sind Bären. Hier ist der Baum. Oh, 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 ich komme, ich komme. Der hier? Ach, guck mal, der will pennen gehen. Lassen wir sie erstmal schlafen. Äh, I'm... Okri. Wat? Ach, der ist hier gerade angelaufen gekommen. Can set me up, Schab. Und da kommt auch einer. Ach, die quatschen jetzt. Mit uns beide. Hi, Max Lord. Was ist denn... Äh, äh... Wat I would like. Das ist Daddy Dwarf. Ok, der hat was gegen Zwerge. Will nicht neben den... Zwergen wohnen. Und er ist ein Dieb, oder wie? Thief? Shut up. Oh, shut up. Let me stay, my lord. Ach so, wir können uns jetzt entscheiden, wer hier sich niederlassen kann. I draw, my lord. Let me stay. Hm, wollen wir Zwerge, oder wollen wir... Was ist... Ne, dann nehmen wir doch die Zwerge. Lieber Okri. You pay for it, Daddy draw for. Oh, wir sind ein Zwergenliebhaber. Yeah, yeah, sure. Get out. Verpiss ich. Thank you, my lord. Wir haben die richtige Wahl getroffen. Sagt er zumindestens. Wahrscheinlich haben wir jetzt uns Feinde gemacht hier mit den anderen. I need some resources for my... Ja, toll. Und gleich battlet er uns an. Give it to me now. Oh, was will er denn? Zehn Wood und zehn Steine haben wir gerade gar nicht. Maybe later. Ich brauch selber erstmal Wood für mich. Und er macht jetzt einen Schuh. Kloppt ihr euch jetzt? Hier ist der Ogri, ne? Ne, er läuft einfach vorbei. Und Nebel legt sich über das Land. Der Mond reißt im Hintergrund. Gen Horizont. Und die Sonne... Geht die Sonne auf? Die müsste da jetzt hier auch aufgehen. Wahrscheinlich, wenn der untergeht, geht da die Sonne auf. Oh, guck mal. Hier können wir ja neu einpflanzen, ne? Wir haben ja noch Seeds. Ah, sogar ordentlich. Was? Angegriffen, oder was? War das gerade für eine Meldung? Ich konnte sie so schnell nicht lesen. Ah! Ah! Skelette! Ah! Krieger! Krieger! Was? Oh, ich komme. Ich komme. Wir sind unter Attack. Ja! Ich hatte da noch eine Mauer... Der hat ihm... Nein! Der hat die Mauer eingerissen. Change to North Kingdom. Trading, Effekt means you're not... Ja, ja. Machen wir später. Ich habe hier gerade andere Sorgen. Nein, der rennt zur Town Hall. Wo ist denn mein Krieger? Oh Gott. Oh, das sind zwei gewesen sogar. Ja! Klopp ihn! Mit der Keule! Super! Der andere hat ein bisschen was abbekommen. Okay, wir müssen mehr Bäume sammeln. Okay. Okidoki. Wir brauchen unbedingt mehr Bäume. Habt ihr die Farmen denn jetzt wieder hergerichtet? Ja, da habt ihr was hingebracht. Dann den... Ach so. Gerade kann ich nichts in Auftrag geben. Noch haben wir ja ein bisschen Nahrung. Der Zwerg muss mal eben warten. Der muss mal eben warten. Ich würde ganz gerne hier noch... Okidoki. Okidoki. Ähm, die... Die, 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 die. Die, die. Brotstube bauen. The Bakery. Brauchen wir dafür erstmal eine Mühle. Dann brauchen wir doch bestimmt zuerst, oder? Ich weiß es nicht. Mach's einfach mal. Now build a bakery. Hier, Walker. Ist da jetzt einer drin oder muss ich da einen einstellen? Ich weiß es nicht. Und jetzt eine Bakery. Oh, da brauchen wir noch Holz für. Okay, aber die sammeln ja gerade hier. Ah, und er wird zum Bäcker. Was ist denn das hier? Ach so, er wartet immer noch auf seinen... Seine Almosen. Der Orgry... Kann da lange warten. Hier. Wir brauchen mehr Bäume. Wie viel haben wir jetzt? 14. Und der Bäcker braucht... Ja! Können wir den hier so ran? Zack. Dann haben wir den Bauernhof, die Mühle und dann ist ein Bäcker. Von da nach da nach da, oder? So stelle ich mir das jetzt vor. Wird jetzt da automatisch ein Bäcker auch? Ich guck mal eben. Hier kann ich die Leute zuweisen. Da ist einer drin. Nee. Wir brauchen noch einen Bäcker. Er wird jetzt Bäcker. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das hier gerade vorstelle. Und hier muss es abgeräumt werden. Ach, guck mal. Hat er gleich einen Wanz bekommen? Oh, ich packe meine Brötchen. Für die Einwohner. Ich mach das gerne und sing dabei mein Lied. Das Bäckerlied. Das Bäckerlied. Haben wir denn jetzt überhaupt noch jemanden, der hier arbeitet für uns? Er hier. Oh Mann, der Arme. Der muss jetzt alleine schuften. Okay, dann hier. Ach so, da brauchen wir zehn. Scheiße, wir brauchen noch mehr Holz. Okidoki. Wie kriege ich denn neue Einwohner? Das wurde mir nicht erklärt. Na gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, für die erste Runde lassen wir es hier erstmal. Immerhin, guck mal. Wir haben ein Haus, eine Mühle und einen Bäcker. Jetzt hoffe ich nur, dass nächste Runde nicht wieder Skelette kommen, die mich platt machen. Und da hinten, die Sonne geht schon unter. Oh, 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 oh. Kann man denn hier irgendwie... Oh. Ich hoffe, ich schließe das Spiel jetzt nicht. Ne, ich wollte gerade das Interface mal ausblenden. Das geht irgendwie nicht. Für einen Screenshot. Scheiße, es wird Nacht. Es wird Nacht. Okay. Er holt Holz und dann kommt er aber zurück, ne? Ja, sehr gut. Wo ist denn hier mein Krieger? Krieger, Krieger. Wo ist denn der? Der muss hier beschützen. Wir brauchen zwei von denen unbedingt. Alles klar, ihr Lieben. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder, weil life is hard. Alles klar. Bis denn. Bye, bye. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020